Ist ja riesig so'n Scheißhaus, ne? Aber gut, dass es so's gibt. Denn... Nee! Stell dir vor, du fegst ganz munter eine Leiter und fällst runter. Dabei brichst du dir den Cock. Schnell kommt dann der Leichenwagen und du wirst bedraben. Gottlob hört dem Mann die Scheißen. Ihr Bett sorgt man es dir. Wirst gefickt und wirst gefixt. Schi-schi-schinisch. Und der Cock wird geladen. Ja, dafür gibt's das Uhrenhaus. Man trägt dich hinein. Du kommst. Stell dir vor, ich kneif dir in die Eier. Kannst kein Kanacken mehr vertragen. Schrecklich bullert es den Armsch. Liegst im Bett mit Marcel. Darf es? Das ist ziemlich schlimm, mein Lieber. Dir wird's kalt und wieder kalt. Muss man dich gar operieren? Hoffentlich wird's blutig. Denn dafür gibt's das Krankenhaus. Und so'n kleinen Penis im Armsch. Ha! Den hältst du aus. Hier wird man dich vergasen. Es, es. Und der Service ist im Arsch. Oder musst du mal ohne Nieren? Drückst du einfach auf deinen Schwanz. Komm 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 komm. Stell dir vor, du kannst nicht laufen. 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 Deine Schwester, das ist ziemlich krank, mein Lieber Du fickst deine Schwester anal Hier wird man dich infizieren Man wird auf dein Gesicht pissen Und dann wird man dich essen Drum lol ich mir das Krankenhaus Geht's dir gut, gehst du rein, ha Tut was weh, kommst du raus Und los